Friedrich Wilhelm von Nassau-Weilburg war vom 28. November 1788 bis zu seinem Tod Fürst von Nassau-Weilburg und hätte als nächster Verwandter seines ohne männliche Erben gebliebenen Vätters Friedrich August von Nassau-Usingen dessen Nachfolge als Herzog des 1806 aufgrund des Beitritts zum rein bunt gebildeten Herzogtums Nassau antreten sollen. Leben Friedrich Wilhelm kam 1768 als Sohn von Karl Christian von Nassau-Weilburg zur Welt. Nach der Besetzung des Nahen Mainz durch die Franzosen floh Friedrich Wilhelm von Nassau-Weilburg 1793 aus dem Schloss Kirchheim Bolanden, der von seinem Vater zusätzlich zu Weilburg neu errichteten Residenz nach Bayreuth. Damit endete für das Schloss die Funktion als Fürstenresidenz und damit auch die Herrschaft der Fürsten von Nassau-Weilburg über diese Region. Nach dessen Tod wurde er Fürst von Nassau-Weilburg. Als 1806 DK Sekundenherzogtum Nassau durch Gnaden Napoleons entstand, regierte Friedrich Wilhelm zusammen mit seinem 30 Jahre älteren Vetter Friedrich August von Schloss Biberich aus. Da zu diesem Zeitpunkt schon klar war, dass Friedrich August ohne männlichen Erben bleiben würde, unter seinen sieben Kindern waren zwei Söhne, die im Kindesalter starben. Damit war abzusehen, dass das Haus Nassau-Usingen zusammen mit der Herzogswürde an Friedrich Wilhelms Haus Nassau-Weilburg fallen würde. Dazu kam es jedoch nicht, weil Friedrich Wilhelm am 9. Januar 1816 im Alter von 47 Jahren durch einen Sturz von einer Treppe in Schloss Weilburg ums Leben kam. Friedrich August starb nur wenige Wochen später, am 24. März 1816, sodass Friedrich Wilhelms Sohn Wilhelm Herzog wurde, für den sein Vater in der Wiesbadener Wilhelm dem Straße ab 1813 DK Sekunden Erbprinzenpalais errichtet hatte, das nun nicht mehr bezogen wurde, Nachkommen. Fürst Friedrich Wilhelm heiratete im Jahr seiner Thronbesteigung am 31. Juli Prinzessin Luise von St. Hachenburg in Hachenburg. Sie hatten vier Kinder miteinander, Wilhelm Georg August Belgikus, Thronfolger und Herzog von Nassau 1816 bis 1839 Auguste Luise Wilhelmine. Henriette Friederike Alexandrine Lemniskate 1815 Erzherzog Karl von Österreich Teschen. Friedrich Wilhelm Lemniskate Anna Edle von Walgemare, Gräfin von Tiefenbach.